Du Flo, leistest du mir auch Geld? Ach, Max, du hast nie ein eigenes Geld. Ja, weißt du, ich gehe ja nur in die Schule, ich verdiene ja selber noch nichts. Ma ja, ich leuchte das eh, aber das kann ja echt nicht sein. Ja, ich weiß, aber weißt du, ich muss immer die Mama um alles anschneiden, und ich sehe euch das dann auch nicht so gern, wenn ich ja jeden Tag ein Zehner anschneide. Bitte, am Monat zu Anfang kriege ich eh wieder meine Taschengeld, und dann kriegst du das sicher zurück, kriegst du sogar 10 Euro und 2 Cent, weißt du eh, wenn die Zinsen und so. Ja, ich gebe es dir eh, aber die Zinsen verlange ich jetzt wirklich einmal. Ja, passt, ich finde das eh cool, wie du das so hast, weil eine Lehre hat mir halt echt gleich sein eigenes Geld, weil ich kann wirklich immer um alles anschneiden gehen. Vielleicht über Legis Matona. Unabhängigkeit ist jedem Menschen sehr wichtig. Durch eine Lehre hat man sehr früh eigenes Geld. Das bittet viele Vorteile. We are perdre abre Euro Musik 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 Vielen Dank.